Wie kann ich mit Colitis-Schmerzen umgehen? Colitis ist eine chronische Erkrankung, bei der sich der Dickdarm einer Person entzündet. Diese Erkrankung ist oft durch Bauchschmerzen sowie eine Reihe unangenehmer Symptome wie Durchfall, Blut im Stuhl, Fieber und Schüttelfrost gekennzeichnet. Acetaminophen kann bei der Schmerzlinderung helfen, aber es ist wichtig, mit einem Arzt zu sprechen, da nicht alle rezeptfreien Medikamente verwendet werden sollten, da er oder sie möglicherweise andere Schmerzmittel oder entzündungshemmende Medikamente verschreiben kann, die helfen können. Darüber hinaus können Sie feststellen, dass Maßnahmen zur Vorbeugung von Colitis-Episoden auch dazu beitragen, die Schmerzen zu lindern. Obwohl Paracetamol ihre Schmerzen lindern kann, funktioniert es nicht immer bei jedem. Es kann auch bei starken Schmerzen nicht wirksam sein. Andere übliche rezeptfreie Schmerzmittel, einschließlich Ibuprofen und Naproxen, sollten nicht zur Linderung von Colitis-Schmerzen eingenommen werden. Diese Medikamente und andere nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente verschlimmern bekanntermaßen die Symptome und können in einigen Fällen bei Menschen, die für diese Erkrankung prädisponiert sind, sogar zur Bildung von Colitis führen. Sprechen Sie mit einem Arzt darüber, wie sich dies auf Ihren Zustand auswirken könnte, bevor Sie rezeptfreie Medikamente einnehmen. Entzündungshemmende Medikamente können sich auch als hilfreich erweisen, wenn Sie nach wirksamen Möglichkeiten suchen, mit Colitis-Schmerzen umzugehen. Obwohl diese Medikamente keine Schmerzmittel sind, können sie zur Linderung oder Linderung von Colitis-Symptomen eingesetzt werden. Schmerzlinderung kann eine positive Nebenwirkung der Behandlung mit entzündungshemmenden Medikamenten sein. Typischerweise sind entzündungshemmende Medikamente auf Rezept erhältlich und können Corticosteroide umfassen, die Steroid-Hormone sind, und solche Medikamente wie Mesalamin und Sulfasalazin. Leider sind einige dieser Medikamente für eine Reihe von Nebenwirkungen bekannt, so dass Sie möglicherweise den potenziellen Nutzen gegenüber den Risiken abwägen müssen, bevor Sie mit einer solchen Behandlung beginnen. Sie werden feststellen, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Colitis-Episoden auch bei der Behandlung von Colitis-Schmerzen hilfreich sind. Die Begrenzung der Anzahl der Milchprodukte, die Sie täglich konsumieren, kann zu einer gewissen Symptomreduktion führen. Sie können auch eine gewisse Erleichterung erfahren, indem Sie mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen, anstatt drei große Mahlzeiten zu sich zu nehmen und auf sprudelnde Speisen zu verzichten. Es kann auch hilfreich sein, viel Flüssigkeit zu trinken, aber diejenigen zu meiden, die Alkohol oder Koffein enthalten. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, Wege zu finden, um Stress abzubauen oder neue Strategien zu entwickeln, um mit Stress umzugehen.